Na gut, dann lassen Sie mal hören. Es sieht danach aus, als würde die Fähigkeit, sich zu fokussieren, bald eins der größten Problemthemen für uns Menschen werden. Noch nie zuvor in unserer Geschichte waren wir dieser Menge an Informationen ausgesetzt. Noch nie mussten oder wollten wir so viel gleichzeitig im Blick haben und verwalten. Noch nie drangen so viele Informationen über andere Leute oder die Welt so tief in unseren Privatbereich, unsere Freizeit und unsere Gehirnwindungen ein. All das verlockt unser Gehirn, denn es wurde dazu gebaut, um Informationen zu sammeln. Aber es wurde nicht dazu gebaut, um grenzenlose Mengen an nutzlosen Informationen zu verwalten. Genau genommen ist die Hauptaufgabe heute oft gar nicht mehr, wie man zu den wichtigen Informationen kommt, sondern wie man die unwichtigen Informationen vermeidet. Weil der ganze Müll unser Gehirn belastet und es dabei richtiggehend verschleißt. Wenn wir unser Gehirn dann mal wirklich brauchen, ist es vielleicht einfach müde und ausgelockt. Eine winzige Geschichte über Stock und Stein Unser Verstand ist dafür gebaut, sich wirklich gut auf eine Sache zu konzentrieren und so lange an ihr dran zu bleiben, bis etwas echt Tolles dabei herausgekommen ist. Die Evolution hat Millionen Jahre daran gearbeitet, dass er das kann und der Erfolg gibt ihr völlig recht. Wir Menschen sind nur deshalb dort, wo wir gerade sind, weil einige von uns durch ihre Fähigkeit zur Fokussierung so lange an bestimmten Ideen dran blieben, bis der erste spitze Stein mit einer aus Grashalmen geflochtenen Schnur an einem Stock befestigt war. Sie gaben einfach nicht auf, bis die erste Axt zuschlug und der erste Speer flog. Dieser Schritt ist so bedeutend, dass viele Biologen ihnen zu den sechs großen Schritten der Evolution auf unserem Planeten rechnen. Hätte unser Speer erfindender Vorfahr ein Smartphone mit drei offenen Chat-Apps neben sich liegen gehabt, wäre die Geschichte der Menschheit vielleicht anders verlaufen. Er hätte dann sehr wahrscheinlich echte Schwierigkeiten gehabt, Monate oder Jahre lang immer wieder an einer Verbindung von Steinen und Stöcken mittels Grashalmen herumzuprobieren, weil es da ständig Wichtigeres gegeben hätte.